Hallo liebe Kunden von ARS24, wir wünschen uns Feedback und zwar von euch daheim über den ganzen Bestellablauf, wie es denn jetzt wirklich laufen, war das Telefongespräch sofort annehmbar und freundlich, war es auch kompetent, wie kam das Paketchen bei euch daheim an, kam es überhaupt rechtzeitig, all das wünschen wir uns von euch in Form von Rezessionen auf unabhängigen Plattformen, zum Beispiel auf idealo.de, da muss man zwar bis ganz nach unten scrollen bei den Bewertungen, um endlich das Kästchen zu sehen, wie man die Bewertung abgibt, das ist auch ganz easy bei idealo oder zum Beispiel bei shopauskunft.de, das ist auch so eine ganz neutrale Plattform und dann gibt es noch die trustpilot.de oder eben bei Google Plus, da könnt ihr dann uns bewerten, damit man bei Google auch gleich sieht, wie viele Sternchen haben denn die da dran und das wäre uns ganz wichtig, damit wir uns weiter verbessern können, damit die ganzen Leute auch überlegen können, bei welchem Shop kaufe ich ein, ist es fair, wir wollen da ganz objektiv sein und brauchen euch dazu, bitte seid euch so liebe und gebt Bewertungen ab, vielen Dank, bis bald euer Olli.